Die Raumfahrt-News im Überblick NASA Mars-Helikopter vor Kältetod Der Boeing Starliner bleibt auf unbestimmte Zeit weiter am Boden Spanien unterschreibt Atmos-Accords der NASA Private Axel-Mission erfolgreich beendet ESA beauftragt Firmen für Studie für zukünftige Raketen NASA Generalinspektor rügt Kosten des SLS SpaceX reißt Starbase nieder Und es waren kurzzeitig so viele Menschen im Orbit wie noch nie in der Menschheitsgeschichte Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den YouTube-Raumfahrt-News hier auf Senkrechtstarter Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an Am Montag, den 29. Mai, ist mit einer indischen GSLV Mark II ein indischer Navigationsathleten gestartet Am Dienstag, den 30. Mai, ist die chinesische Shenzhou-16-Besatzung mit einer Langmarsch 2F zur Tiangong-Raumstation aufgebrochen Auch am Dienstag ist der nordkoreanische Start einer Cholima-1-Rakete mit dem Spionagesathleten Malinjong-1 fehlgeschlagen Am Mittwoch, den 31. Mai, ist von der Vandenberg Space Force Base aus eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsathleten gestartet Den Wochenabschluss machte am Samstag, den 3. Juni, auch SpaceX Und zwar startete eine Cargo Dragon vom Kennedy Space Center in Florida Neben Experimenten und Versorgungsgütern wurden im drucklosen Kofferraum der Dragon die neuen Irosa Solarpaneele mitgeführt Spanien ist das neueste europäische Land, das die NASA Artemis Accords unterzeichnet hat Spanien ist damit das 25. Land insgesamt und das zweite Land in diesem Monat nach der Tschechischen Republik am 3. Mai Ganz spannend, dass diese Unterzeichnung und auch die Reise des NASA-Administrator Bill Nelson zu diesem Zweck im Voraus nicht bekannt waren Spanien ist das achte Mitgliedsland der ESA und das siebte Mitglied der Europäischen Union, das die Accords unterzeichnet hat Die meisten großen ESA-Mitglieder sind jetzt Unterzeichner der Accords Ich würde euch gerne sagen, warum Deutschland bisher nicht unterschrieben hat Kann ich aber nicht Witzigerweise ist Deutschland ja über das ESM aktuell der größte einzelne Beitragszahler im Artemis-Programm, nach der NASA natürlich Das NASA-Artemis-Programm zum Mond, da denken die meisten wahrscheinlich an die orangene Rakete, das SLS Dass die ein überteuerter Zombie aus alter Shuttle-Hardware ist, das sollte allgemein bekannt sein Wie jetzt weiter bekannt wurde, bleibt das SLS aber wohl ein Fass ohne Boden Der NASA-Generalinspektor Schluss folgert in seinem aktuellen Bericht, dass die Umrüstung der Feststoffbooster und der RS-25-Shuttle-Triebwerke für das Space Launch System Die NASA Milliarden mehr gekostet haben und Jahre länger dauern als ursprünglich geplant Und die eigentlich geplante Kostensenkung für zukünftige SLS-Hardware nicht zu erwarten ist Eine Kostensteigerung von etwa 6 Milliarden US-Dollar haben allein schon diese beiden Systeme, Booster und Triebwerke verursacht Wieder ganz schön die Fetzen fliegen, lässt die Antwort der NASA-Programmverantwortlichen erhnen Laut SpaceNews.com ist von Enttäuschung die Rede und der Besorgnis Der Bericht könnte die NASA in ein falsches Licht stellen Nicht in ein falsches Licht gerückt hat die NASA der Mars-Helikopter Ingenuity Der vom JPL entwickelte Helikopter hat mit 51 Flügen alle Erwartungen übertroffen Und ist mit Sicherheit eines der aufsehenserregendsten Raumfahrtprojekte der vergangenen Jahre Wir leben in Zeiten, in denen wir Helikopter auf anderen Planeten betreiben können, völlig abgefahren Leider droht dem kleinen Racker aber auf absehbare Zeit der Kältetod Ingenuity wird durch ein Solarpanel über seinen beiden gegenläufigen Rotoren aufgeladen Und die setzen sich trotz Rotorbewegung und Flugphasen immer mehr mit dem penetranten Maßstaub zu Derzeit fällt Ingenuity immer wieder in einen Energiesparsicherheitsmodus Und die Wissenschaftler am JPL wissen tagelang nicht, wo er ist und ob er wieder aufwacht Die Bilanz von Ingenuity ist so beeindruckend, dass er niemandem mehr etwas beweisen muss Trotzdem wäre sein Kältetod ein großer Verlust Neben der Inspiration, die dieser kleine Mars-Helikopter Millionen Raumfahrtfans weltweit schenkt Hat er sich als sehr wertvoll für die Navigation des Rovers Perseverance erwiesen Hoffen wir, dass Ingenuity trotz alternder Batterien und verstaubender Solarzellen Auch im immer schwierigeren Gelände noch weiter gute Arbeit leistet Und der kleinen Box mit der Sonne nicht die Nahrung ausgeht Das spanische Raketen-Startup PLD Space steht kurz vor dem Erstflug seiner Höhenforschungsrakete Noray 1 Mit 150 Kilometer Gipfelhöhe erlaubt die Rakete Experimente mit bis zu 100 Kilogramm 3 bis 4 Minuten Schwerelosigkeit Der Erstflug soll in den kommenden Tagen stattfinden An Bord befindet sich übrigens eine Nutzlast des ZAHM in Bremen ZAHM, genau da befindet sich der Fallturm mit der längsten Schwerelosigkeit weltweit Ich freue mich sehr, dass das Video zum Senkrechtstarter Außeneinsatz am ZAHM in Bremen Für den Fast Forward Science Award nominiert ist Von insgesamt 157 Anwärtern sind wir damit schon unter den finalen drei Beiträgen gelandet Die dann am 17. Juni ausgezeichnet werden Ich freue mich riesig und wenn ihr den Beitrag noch nicht gesehen habt Ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung Apropos Schwerelosigkeit Diese Woche habe ich mein spontanes Interview mit dem ESA-Astronauten Alexander Gerst online gestellt Wir unterhalten uns über die Kommerzialisierung der Raumfahrt Die Zukunft der europäischen Raumfahrt Und natürlich über Schwerelosigkeit Ja, die Reise, die verdanke ich euch Die Reisekosten habt nämlich ihr mit euren Superchats und Spenden zusammengetragen Vielen, vielen Dank dafür Außerdem geht hier wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Schutzengel Die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest Den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern Ja, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft Oder dem Senkrechtstarter-Patreon Hashtag Team Space Es hat sich schon angedeutet Der Starliner von Boeing, der bleibt vorerst am Boden Nachdem, wie ich letzte Woche schon berichtet hatte Das Aerospace Safety Adversary Panel der NASA Bedenken zur Flugtauglichkeit des Starliners geäußert hatte Und das Hinzuziehen eines unabhängigen Gremios empfohlen hatte Werden nun Konsequenzen gezogen Bei einer kurzfristig angesetzten NASA-Pressekonferenz am 1. Juni wurde bekannt gegeben, dass die Vorbereitung für den Crewflight Test 1 Also CFT des Starliners-Raumschiffs eingestellt werden Der Testflug mit zwei NASA-Astronauten an Bord war eigentlich ja für den 21. Juli geplant Die größten Probleme, die wohl zur Absage des Fluges geführt haben Betreffen die Fallschirme und ein Klebeband Das Klebeband, was sehr umfangreich an den Kabelbäumen des Starliners verwendet wurde Hat sich als unter gewissen Umständen entflammbar erwiesen Konkret unter welchen Umständen die Entflammbarkeit auftritt, das wissen wir noch nicht Es kann also gut sein, dass das Klebeband bisher bei Tests keine Probleme gemacht hat Jetzt aber in einem Test ein Problem aufgetreten ist Am Fallschirm wurde an einer flexiblen Halterung eine niedrigere Belastungsgrenze als erwartet festgestellt Sowohl beim Starliner von Boeing als auch bei Crew Dragon von SpaceX Wurde ja in der Entwicklung erhebliche Probleme mit Fallschirmsystemen gefunden Im Gegensatz zum Crew Dragon von SpaceX, der bisher ja keine Fallschirmprobleme bei der Rückkehr aus dem All hatte War beim ersten Starliner Flug ein Fallschirm ausgefallen In so einem Fall könnte die niedrigere Belastungsgrenze der flexiblen Verbindung zu einem ernsten Problem werden Boeing betont, dass man weiterhin daran arbeitet, den Starliner einzusetzen Die Sicherheitskultur bei Boeing habe sich laut NASA seit dem letzten Testflug deutlich verbessert Die aktuellen Probleme seien das Ergebnis von gründlicheren Untersuchungen hätten Designfehler aufgedeckt, die zu Anfang des Programms gemacht wurden Wie lange das jetzt alles dauert, das kann ich euch nicht sagen Es wurde auf jeden Fall kein neuer Termin für einen Testflug zur Internationalen Raumstation festgelegt Letzte Woche, wir hatten darüber berichtet, ist die EXIM-2-Besatzung bestehend aus der ehemaligen NASA-Astronautin und Kommandantin Peggy Whitson Dem Privatier und Piloten John Schoffner Sowie den beiden saudischen Astronauten Ali Alkani und Rajana Banavi vom Kennedy Space Center aus zur ISS gestartet Und dort erfolgreich angekommen Diese Woche hieß es aber schon wieder Abschied nehmen Nach nur acht Tagen auf der ISS stockte die Dragon-Kapsel Freedom mit der EXIM-2-Besatzung am 30. Mai um 17.05 Uhr MESZ von der ISS ab Nach einer zwölfstündigen Freiflugphase, die von der Besatzung zu einem kleinen Nickerchen genutzt wurde Landete die SpaceX-Dragon-Kapsel wohlbehalten um 5.07 Uhr MESZ am 31. Mai im Golf von Mexiko Kurze Zeit später wurde die Kapsel von dem SpaceX-Recovery-Ship Megan geborgen Anders als die erste EXIM-1-Mission verlief die EXIM-2-Mission vollständig nach Plan So musste anders als bei der EXIM-1-Mission die Landung der EXIM-2-Besatzung nicht wetterbedingt wiederholt verschoben werden Was da den wissenschaftlichen Betrieb zusätzlich gestört hatte bei der EXIM-1-Mission Außerdem fügte sich die EXIM-2-Besatzung wohl viel besser in die Langzeitbesatzung der ISS ein Das Sprechprotokoll mit der Bodenkontrolle hat die gesamte EXIM-2-Besatzung fehlerfrei beherrscht und die Zeitpläne wurden auch eingehalten Ein weiterer gewaltiger Vorteil der Mission stand darin, dass Peggy Whitson mit ihrer umfassenden Erfahrung den drei Besatzungsmitgliedern zur Seite stand Insgesamt wurde deutlich, dass man aus der doch recht chaotisch verlaufenden EXIM-1-Mission gelernt hatte Und dass die EXIM-2-Besatzung deutlich besser ausgebildet war als die EXIM-1-Besatzung Dass es aufgrund der staatlichen Astronauten auch einen anderen Hintergrund hatte, zeigt der Rajana Banavi Die als Medizintechnikerin bereits am Boden an Stammzellen geforscht hatte und diese Forschung auch im All fortgesetzt hat Fast ihren gesamten Aufenthalt arbeitete Rajana an der Life Science Glovebox im japanischen Kibo-Modul Vielen Dank an Ian, der die ISS News wieder mit zusammengetragen hat Hashtag Team Space In meinem Interview mit Alexander Gerst wird klar, dass man die Gefahren für die europäische Raumfahrt auch bei der ESA sieht Ich habe mich oft schon gefragt, warum es eigentlich keine unabhängige, transparente Institution gibt Die der ESA und der Industrie oder den Industriepartnern auf die Finger schaut Und wenn es sein muss, auch mal medial auf die Finger haut Der NASA-Generalinspektor mit seinen über 400 Mitarbeitern hat da schon fast einen Ruf wie die spanische Inquisition Denn er berichtet öffentlich an den Steuerzahler und den Kongress und das auch mit starken Worten Die einfache Antwort, das ist in Europa politisch nicht gewollt Und hier geht ein riesen Shoutout an den Gründer von European Space Flight, Andrew Parsonson, den ich auch hier schon im Interview hatte In seinem aktuellen Newsletter beleuchtet er die Abteilung des ESA-Generalinspektors Und warum dessen Bericht im Gegensatz zum NASA-Gegenpart nicht öffentlich ist Den Link zum European Space Flight Newsletter, den findet ihr in der Beschreibung Auch folgenden Punkt könnt ihr da im Detail nachlesen Die ESA hat am 29. Mai vier Verträge an Industriepartner vergeben, die Lösungen für künftige europäische Trägersysteme untersuchen sollen Dabei geht es um Lösungen für künftige Wegwerf- und wiederverwendbare Trägersysteme von Micro- bis Schwer-Launcher und auch für Crewtransporte Die vier Unternehmen, die Studienverträge erhalten haben, das sind weniger überraschend die Ariane Group und Avio Dann aber für mich ein neuer Name, die spanische Firma Sena Richtig gefreut habe ich mich über die Nummer 4, das Münchner Startup The Exploration Company Die ja an einem Frachtraumschiff für Leo und für den Mond arbeiten Andrew Parsonson kritisiert zu Recht, dass kein einziges europäisches Raketen-Startup ausgewählt wurde oder vertreten ist Ich befürchte, dass bei Ariane Group und Avio nicht mit einem weißen Papier gestartet wird Ob auf Basis von Vega oder von der Ariane 6. zukunftsfähiger Rakete entwickelt werden kann, das darf doch eher bezweifelt werden Meine Hoffnung würde sich da auf ein Konzept richten, das von der Exploration Company erarbeitet wird Diese Firma habe ich bisher als agiles, fähiges Startup wahrgenommen, das, wenn nötig, auch mit Aerospace-Traditionen bricht Mit der Gründerin von The Exploration Company, Helene Hubie, habe ich ein extrem interessantes Interview geführt Das verlinke ich hier unten in der Beschreibung Kommen wir zu den SpaceX-News Mit dem Start von XM2 hat SpaceX in nur drei Jahren 38 Astronauten in Orbit gebracht In was für abgefahrenen Zeiten wir aktuell leben, kann man auch an folgendem Rekord ablesen Diese Woche waren kurzzeitig bis zur Rückkehr von XM2 17 Menschen gleichzeitig im Orbit So viele Menschen waren noch nie gleichzeitig im Orbit Nach der Außerdienststellung des Space Shuttles 2011 waren es zeitweise nur drei Menschen gleichzeitig Diese Woche waren es sechs Menschen auf der chinesischen Raumstation und elf an Bord der ISS Wobei acht von diesen elf mit SpaceX Crew Dragon geflogen sind Könnt ihr euch noch an die Tweets von Elon Musk erinnern, dass das Pentagon für die Starlink-Nutzung in der Ukraine bezahlen soll? Das wurde hierzulande ja auch so aufgefasst, dass er in Geldsorge wegen des Twitter-Deals wäre Damals klang es dann so, als hätte Elon Musk klein beigegeben Was dann hinter den Kulissen passiert ist, das wissen wir nicht Wie Michael Schietz von CNBC diese Woche berichtet hat, wird das Pentagon nun aber doch für die Nutzung der Starlink-Services in der Ukraine bezahlen Wie umfänglich der Service ist und um welche Geldbeträge es geht, sei aus strategischen Gründen aber geheim Und was macht das Starship-Programm? Aktuell wird in der Starbase abgerissen Ein Windfang muss daran glauben und auch die halb provisorischen Zelte müssen weichen, um für die neuen Produktionsanlagen Raum zu schaffen Es ist gut denkbar, dass nun nach dem Testflug genug Daten gesammelt wurde, dass man grundsätzlich weiß, was funktioniert und was nicht Und die Produktionsanlagen auf Serienfertigung und Qualitätssicherung getrimmt werden Auch wird man durch die Untersuchung des Erstfluges und die Nachzertifizierung des Flugabbruchsystems des Starships einiges an Leerlaufzeit haben Die man nun nutzen kann, um die Produktion anzuhalten und abzugraden Ja, wenn man die produzierten Booster unter Starship ja aktuell sowieso nicht starten kann Ich stecke jetzt nicht als Insider im Starship-Programm, aber ich denke, man kann es als gutes Zeichen werten, dass die Produktionsanlagen abgegradet werden Stellt euch stattdessen vor, da würde nackter Elon Musk mit einem Schild rumlaufen, das Ende ist nah Langfristig ist übrigens geplant, auch in Florida eine komplette Starship-Produktionsanlage zu bauen Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lohnkosten in Florida beträchtlich höher sind als in Südtexas Was also durchaus Sinn macht, die erste Anlage in Boca Chica zu bauen Und wenn man weiß, wie es geht, das Ganze schneller und effizienter in Florida hochzuziehen Aber auch hier in Texas gilt wie in allen Großprojekten Es ist einfach psychologisch gut, wenn permanent etwas passiert Permanent passieren ist die perfekte Überleitung Es starten ja wirklich jede Woche Orbitalraketen Los geht's Sonntag, 4. Juni mit einem Starling-Start von Cape Canaveral Eventuell am Mittwoch, den 7. Juni, der zweite Flug der Feststoffrakete Kinetica 1 von Caspace Caspace, das ist eine Ausgründung der chinesischen Akademie der Wissenschaft Und am Donnerstag, 8. Juni, eine weitere Ladung Starling-Satelliten mittels Falcon 9 von der Vendemburg Space Force Base in Kalifornien Während der Zeit die Welt von künstlicher Intelligenz spricht, arbeiten Forscher und Forscherinnen seit Jahren an intelligenten Materialien Die NASA hat damit zum Beispiel das Rad neu erfunden und es unkaputtbar gemacht Welche Materialien der Zukunft den Weg in die Raumfahrt finden und die Raumfahrt erneut revolutionieren könnten Erfährt man auf der Konferenz Zukunftsimpulse in Dresden Hier werde ich am 22. Juni als Speaker Einblicke in die aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrt geben Wenn ihr dabei sein wollt, den Link zu allen Infos findet ihr unten in der Beschreibung Mit dabei übrigens auch Micha von Astrodrom und unser Mod Roman Ja, ich hoffe dir hat's wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen Und mit dem Abo hier, ja, hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns in der Raumfahrt noch erwartet Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich Hashtag Apollo-Moment Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer schön sinnreich bleiben Dein Mo